Als Jugendtrainer, Ribery vor Rückkehr zum FC Bayern? Frank Ribery spielte einst auf dem linken Flügel und eroberte die Herzen der FC Bayern-Fans. Der Franzose könnte bald als deutscher Rekordmeister zurückkehren. Kehrt Ribery zum FC Bayern zurück? Kicker berichtet. Branchenpublikationen zufolge soll Ribery an einer Rückkehr als Jugendtrainer zum FC Bayern interessiert sein. Der ehemalige Spitzentechniker, der nach Beendigung seiner Karriere beim italienischen Erstligisten USA-Lernitana im Oktober 2022 zum Techniktrainer befördert wurde, absolviert derzeit eine entsprechende Trainerausbildung. Weitere News zum FC Bayern finden Sie hier Sohn spielt mit Nachwuchs wie weiter berichtet, lebt Ribery noch immer in München. Wo auch sein Sohn sei Ribery für die U13-Mannschaft des FC Bayern spielt. Der Kontakt zum Verantwortlichen der Säbener Straße sei nicht abgebrochen, eine Rückkehr sei also möglich. Der 40-Jährige wechselte im Sommer 2007 von Olympique de Marseille nach München und blieb bis 2019 ein unschätzbarer Bestandteil der Mannschaft. Mit der er 22 Trophäen gewann, darunter das Triple in der Saison 2012 und 2013. Intervention, bleibt der nach Duchels Abgang beim FC Bayern? Untertitelung des ZDF-G Ford